So, da sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich, wieso komme ich eigentlich nie mit dem Controller darüber? Das ist so nervig. Erhalten eine Match-Schilde durch kleine Schildränke. Was ist mit kleinen Schildränken gemeint? Ist natürlich ein Schlar. Sind halt die Minis, ihr seht es jetzt, die sind gemeint. Einmal, zweimal. Jetzt ist natürlich das Problem, das dritte Mal ist ein bisschen schwierig. Warum? Ganz simpel. Weil ich eben mir nur bis 50 mit den kleinen Schildränken ein Schild geben kann. Deshalb müsste ich jetzt eigentlich einen Bot finden, der mir quasi nochmal gerade ein bisschen Schild weghaut. Und so könnte ich dann die Aufgabe abschließen. Aber ich will natürlich jetzt mit euch nicht hier rumlaufen und gucken, bis ich einen Gegner finde, der mir das Schild weghaut. Aus dem Grund, denke ich mal, das dritte Mal werdet ihr ohne mich hinkriegen. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon wieder mit dem Video, mit der Aufgabe. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, natürlich gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.